Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Und ich muss auch mal einen Hinweis vorweg machen oder hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Bei uns finden momentan oft im Dach Bauarbeiten statt. Das heißt, wenn ich Videos mache, kommt es leider fast immer jetzt zu Hintergrundgeräuschen. Ich hoffe, dass sich das jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten in Grenzen hält, weil wann könnte ich sonst Videos machen? Abends, wenn die Handwerker weg sind. Aber auch ich bin nicht jeden Abend daheim und unternehme mal was. Von daher, ja, ich mache das Video jetzt, während hier draußen auf dem Dach gewerkelt wird. Aber drückt einfach mal die Daumen, dass das nicht allzu störend wird. Vielleicht machen sie auch gleich Mittagspause. Jo, und wir machen weiter. Ich habe extra für euch gejampt, dass ich jetzt schon angreifen kann. Wieder Golem Wizard. Mal schauen, ob ich diesmal zweimal erfolgreich bin. Diesmal am Zaubern ein bisschen was anderes dabei. Das heißt, ich habe einen Freeze, zwei Wut und zwei Jump. Diesmal also ohne Mauerbrecher und in der Klanburg einen gemachsten Päckgar. Da nochmal vielen Dank an Jörgi, der mir den gesperrt hat. Und wenn wir mal in den Clanburg momentan reinschauen, es schaut ziemlich gut aus. Es steht sage und schreibe 28 zu 16. Und wir haben nur zwei Angriffe mehr. Anhand der Kriegsstatistik seht ihr auch, wir haben schon vier Three-Stars, vier One-Stars. Da muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Und auch da werde ich mich drum kümmern. Und eins wollte ich euch noch sagen, das habe ich nämlich im gestrigen Video vergessen. Ich habe es jetzt geschafft, beide Infernus auf drei zu starten. Das heißt, da fehlt nicht mehr allzu viel, dann sind die fertig. Wenn jetzt der Clanburg gewonnen wird, habe ich genug Elixir, um das letzte Armeelager zu starten. Gold bin ich jetzt noch unschlüssig. Entweder ich baller es in die X-Boss rein, auf die maximale Stufe, oder ich mache es in die Magier-Türme. Da könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr als nächstes upgraden würdet. Ähm, und Elixir, dunkles Elixir habe ich auch schon erwähnt, möchte ich die Minions maxen. Und Elixir werde ich ganz klar, als nächstes habe ich anfangs überlegt, das in den Bohrer für dunkles Elixir zu stecken. Da wurde mir dann aber empfohlen, ich soll das auch direkt für den Pekka sparen. Pekka 4 und 5 habe ich ja noch zwei Stufen vor mir. Ähm, die nächste Stufe sind 7 Millionen. Und ja, das ist dann auch das, worauf gespart wird. Aber wir stürzen uns jetzt mal in die Schlacht. Also, ähm, wenn wir mal so durchscrollen, sehr, sehr schön viele Two-Stars auch im oberen Bereich. Bei der 2 ist noch ein One-Star, da denke ich, wird sich Jörgy austoben. Ähm, die 5 werden wir uns gleich schnappen. Und sonst haben wir noch zwei, ja, Hybrid-Fails. Also, wir hatten eigentlich gesagt, der erste Angriff soll immer sicher auf zwei Sterne gehen. Das werde ich auch nochmal ansprechen. Hier haben sich jeweils, ähm, die Leute mit einem Hybrid-Angriff probiert. Das hatte nicht ganz funktioniert, aber hier unten schon schön gethrestert. Und ich zeige euch jetzt erstmal die 5 und werde euch wieder mein Vorgehen präsentieren. Also, wir haben hier die 5. Ähm, die wurde von Babu angegriffen. Daher weiß ich auch schon, dass sie in der Glamburg ein Drache ist. Ähm, sie ist nicht so leicht zu locken. Ich werde mit zwei Riesen und ein paar Magiern hier die Kanone ausschalten. Und dann zum Magierturm mit, ähm, Schweinereitern hüpfen. Ähm, und dann wird hier außen, ist nämlich ein totes Gebäude. Und zwar kann ich hier wunderbar mit einem Minion die Glamburg dann hinlocken. Werde dann meine Golems setzen von hier. Ähm, und werde den ersten Jump, wartet mal, den ersten Jump werden wir hier setzen. Ähm, bei dieser 8. Mauer. Und wenn sie dann hier drin sind, gibt's den nächsten Jump hier. Oder wir schauen mal kurz, die hatte, glaube ich, Babu ganz schön gesetzt. Ähm, bei mir haben am Ende nur ein paar Prozente gefehlt. Also er hat auch die, ja, Golem-Wizard-Mini-Packer-Variante. Also hat so gelockt. Hat dann hier rüber mit Barbaren. Und dann wollte ich nochmal sein Jump. Dann ist er mit den Golems gekommen. Die Magier hinterher. Okay, und er hat hier den ersten Jump drüber. Das bietet sich auch an. Dann machen wir auch bei Minion-Werfer den ersten Jump. Und den zweiten Jump hat er dann hier beim Inferno. Perfekt. Alles klar. Gut, dann schau ich mal, ob ich das genauso mitgekommen. Und ich hab ein bisschen stärkere Einheiten, dafür ein bisschen schwächere Helden. Alles ist soweit ready. Okay, yo, Angriff auf zwei Sterne. Ich werde mein Bestes geben. Helden sind am Start. Alles ist da. Wunderbar. Und wir kommen jetzt hier mit zwei Riesen und mal zwei Magiern. Und schauen, dass wir dann diese Kanone hier möglichst schnell ausschalten. Und kommen dann jetzt mit den Schweinen hinterher, dass wir die Clanbok gelockt bekommen. Und dann können wir auch gleich schon mal mit unseren Minion das Ganze hier nach außen locken. Hier seht ihr schon den bösen, gemaksten Drachen. Das ist wirklich immer eine fiese Sache. Aber gut, so ist das nun mal. Und jetzt haben wir hier noch eine Mitteilung. Die hat jetzt hoffentlich nicht zu sehr gestört. Das haben wir jetzt rausgelockt. Und jetzt kommen wir mit unseren fünf Golems und machen unsere Magie hinterher. Und machen hier unseren Jump. So, das hätten wir. Drache ist down. Sehr, sehr schön. Dann warten wir schön, bis die Außengebäude weg sind. Dass wir dann jetzt auch mit unseren Päcker hinterher kommen. Und wir machen hier gleich den zweiten Jump. Und alles hüpft rein. Das schaut schon mal gut aus. Das schaut schon mal sehr gut aus. Das hauen wir mal hier den ersten Boot drüber. Und den hinteren Friesen wir. Okay. Zum Ratshaus gehen sie schon mal schön. Einen Wut haben wir noch im Petto. Bei Barenkönig entscheidet sich nochmal raus zu hüpfen. Es werden hier oben leider ein paar Sklette ausgeschaltet. Ich hoffe, er entscheidet sich dann nochmal zurück zu gehen. Wir hauen mal hier noch den zweiten Boot hin. Bei Barenkönig zünden wir es mal. Der hat sich jetzt nach oben verabschiedet. Und der Wut für den Päcker war super optimal. Ich hoffe, dass die Queen sich jetzt gleich noch drum kümmert. Und jetzt heißt es dann natürlich langsam schauen, wie man 50% noch bekommen könnte. Da haben wir hier oben noch ein paar tote Gebäude. Die Queen holt sich jetzt hoffentlich gleich das Ratshaus. Das war auch wieder Wahnsinn, wie die hier zu den Skletten weggehüpft sind. Aber wir können die Queen noch zünden. Und ich hoffe, diesmal klappt es, dass sie zumindest das Ratshaus-Daumen bekommt. Okay. Hier nochmal ein Minion. Und ich glaube, auch in dem Fall wird es bei mir ganz, 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 ganz knapp. Oh Gott, Jungs, die 50%. Die sind immer wieder ein Kick aufs Neue für mich. Okay, Bogenturm, Bogenturm, Bogenturm. Da geht es uns jetzt ähnlich wie Babo. Bogenturm, Bogenturm. Wir schauen uns mal hier oben. 45%. Wir haben noch einen Magier. Wenn wir schnell machen... Wenn wir schnell machen und diesen Tesla ausschalten, dann könnten die Minions eventuell... Naja, nicht ganz. Nein, hat leider nicht geklappt. Tesla hat dann zu viel ausgehalten. Ist zwar ein Sieg gewesen, aber leider auch nur ein One-Star. Also da konnte ich dann mein Team schon mal nicht... Ja, leider nicht ganz... Also, ja, was halt... Wenn wir mal... Wie der Barbarenkönig wieder rausköpftet zu den Skeletten. Das wirkt mich im Nachhinein. Aber hat sich leider nicht ändern lassen. Da schaue ich kurz nochmal rein. Und danach, ihr habt es euch schon gesehen, meine Base hat sich verteidigt. Also, Locken hat eigentlich soweit gut geklappt. Mit den Schweinen, den Klamo ging raus. Mit den Minion rauslocken hat schön funktioniert. Das hat gepasst. Die Golems kamen. Die Magier hinterher, der Jump. Pekka ist dann reingezogen. So, wir machen jetzt gleich langsamer. So, jetzt haben wir hier den zweiten Jump. Den nutzen die Golems dann auch direkt. Springen teilweise rechts, teilweise links. Auch das ist okay. Aus der Wut drüber war auch okay. So, jetzt haben wir hier den Barbarenkönig. Der jetzt am Rathaus ist. Der Freeze kam. Und der Pekka ist auch perfekt da, wo er sein soll. Und jetzt seht ihr, kommen hier oben gleich Sklettefallen raus. Also, der Barbarenkönig hat uns das Rathaus schon schön geholt. Ja, jetzt kommen Sklettefallen hier oben durch diese Golems. Und in just diesem Moment, wenn jetzt diese kleinen Sklette hier kommen, sagen sich Barbarenkönig und Queen, hey, ich gehe einfach mal komplett weg und kümmere mich um diese Sklette. Und der Barbarenkönig hat uns nicht gesagt, hey, wenn ich eh schon da drüben bin, dann bleibe ich doch gleich da drüben. So, dass das Rathaus dann erstmal länger gebraucht hat. Der Wut war ein bisschen verzweifelt auf den Pekka. Den hätte ich mir vielleicht woanders aufheben sollen, weil der Pekka wollte dann auch nicht mehr so recht zum Rathaus. Die Queen hat es dann Gott sei Dank noch geregelt. Aber Glück für den Angriff. Ich sage, wenn das nicht passiert wäre, wenn der Barbarenkönig und die Queen und die Magie nicht wieder weggezogen wären, dann hätte es wahrscheinlich mit den 50% geklappt. So leider nicht. Aber dafür hat es geklappt, dass sich meine Base verteidigt hat. Er wurde hier mit einem Rathaus Level 10er angegriffen, der allerdings alle Truppen noch auf Rathaus Level 9 Niveau hat. Auch nur 15 und 13 Helden. Er hat sich dazu entschieden, erst mal mit Riesen meine Klanburg zu locken, was auch insoweit wirklich gut funktioniert hat. Auch die Hexe ist am Ende noch komplett mit rausgekommen und hat jetzt mit mehreren Barbaren das Ganze hier nach draußen gelockt. Man wird es gleich sehen. Das war ein bisschen suboptimal, was er dann investieren musste. Er hat jetzt hier 14 Magier am Start. Und ihr werdet gleich sehen, wie viele am Ende noch übrig sind, nachdem er die Klanburg ausgestalt hat. Hat die zwei Hexen für die Klanburg eigentlich nicht schlecht, aber hatte zu wenig Einheiten davor. Also meistens setzt man zwei Barbaren hin, die dann so ein bisschen zwischendanken. Die Max-Valküre in meiner Klanburg hat sich schnell darum gekümmert. Sehr schön ging zwischen die Hexen, hat sich gedreht, hat die ausgeschaltet. Und ja, denkt dran, er hatte 14 Magier. Nachdem es die komplette Klanburg ausgeschaltet war, hatte er noch 5. Also er hat einiges an Magier gebraucht, um die Klanburg auszuschalten. Das war, denke ich, schon mal der Hauptfehler von ihm. Und dann kam er mit den Golems hinterher. Waren hier vier Stück an der Zahl und der Klanburg noch ein 5. Also war eigentlich auch Golem-Wizard. Er hatte allerdings jetzt nicht mehr viele Wizards, die er dahinter setzen konnte. Und er hatte auch Mauerbrecher dabei. Fünf Stück an der Zahl. Die ersten hat hier wieder wunderbar geklappt. Meine Falle laufen direkt zur Bauhütte, die sie mal freispringen. Die anderen haben es dann zwar geschafft, auch in die Mitte freizuspringen, aber immerhin hat er drei schon mal verballert. Und hier wurde es freigebrochen und jetzt geht dann gleich auch wieder meine Base auf. Er hat den Wut-Zauber drüber gehauen. Jump eigentlich auch super gesessen, aber die Golems haben eben keinen Grund, in diesem Bereich zum dunklen Elixielager zu laufen, weil hier keine Verteidigungseinheit ist. Das ist ja auch das Besondere an der Base, deswegen die Golems orientieren sich jetzt nach außen. Wo er ein bisschen Glück hatte, ist, dass zumindest der Barbarenkönig noch in die Mitte reingezogen ist. Das hat einigermaßen funktioniert. Der hat sich noch ein bisschen ausgetobt und auch die Queen. Er hat jetzt einen Freeze in der Mitte drüber gehauen. Ein Wut hat er auch noch am Start gehabt. Queen geht auch in die Mitte, aber ihr seht wirklich, alle Golems interessieren sich 0,0 für die Mitte. Da ist er sicher schier am Verzweifeln gewesen und ziehen jetzt hier einfach ganz entspannt außen rum. Machen natürlich doch gerade in der Menge und ja, fünf Golems, einer Max, davon einen guten Schaden. Das heißt, man hätte mit Pech, hätte er noch starke Einheiten gehabt, wäre es wahrscheinlich dann wieder so ein One-Star geworden. Queen wurde jetzt ausgeschaltet, konnte in der Mitte nichts mehr reißen. Und man sieht hier, eine Minute 20 haben es die Golems dann noch ausgehalten, sind von Verteidigungsanleid zu Verteidigungsanleid gegangen. Er hat auch noch verzweifelte Wut drüber gehauen, um vielleicht noch die 50% zu holen. Aber auch wenn die Golems viel aushalten mit Skeletten und Barbaren, König und Inferno, haben sie am Ende dann auch nicht mehr genug Power gehabt. Auch nochmal zwei Riesenbomben hinterher. Die sind ja eigentlich gegen die Schweinereiter gedacht. Und nach diesem Magiertum, beziehungsweise den hat er gar nicht mehr bekommen, war bei 40% Schluss. Das hat also ganz gut geklappt. Also war in dem Fall, wenn wir mal reinschauen, meine Clan-Wall-Leistung, ja, zwei Sterne leider nur. Also beim zweiten Angriff hätte ich wirklich gerne noch einen Two-Star geholt. Allerdings können sich hier oben und auch unten ja noch einige austoben. Sandro hatte ich gestern schon angesprochen, ist leider rausgegangen. Bro hat insgesamt auch zwei Sternchen geholt. Celli hat drei Sternchen geholt, der ist auch schon fertig. Und ansonsten hat noch jeder seinen zweiten Angriff. Also ich würde mal behaupten, das schaut momentan wirklich ganz gut aus. Bonus und auch der Siegbonus wäre nicht zu verachten mit 1,15 Millionen. Dann hätte ich genug oder fast genug, um hier die 6,75 Millionen zusammen zu bekommen für das Armeelager. Ja, ich denke oder hoffe, das haben auch ein paar Leute schon gesagt, der würde mich auch mal eure Meinung interessieren, auch gerne die Kommentarfunktion nutzen, die gesagt haben, hey, wenn du schon so einen Clan wo anschneidest, dann würden wir auch gerne immer wissen, wie er ausgeht. Das heißt, ihr könnt dann gerne auch sagen, ja, macht doch auch ein Video noch oder sagt zumindest am Anfang vom Video, wie der letzte Clan wo ausging, weil wenn ich jetzt zum Beispiel morgen ein anderes Video mache, dann würde über den Clan wo nicht mehr geredet werden. Sagten wir da auch gerne mal eure Meinung. Ich würde mal sagen, zum Abschluss schauen wir uns noch den Angriff von Jörgi auf die 1 an. Er meinte zwar, die Base könnte man eigentlich oder er wollte es versuchen, mit Schweinereitern auf drei Sterne zu gehen. Allerdings hat er gesagt, hey, gibt ja die Regel erste Angriff Safe of Two-Star. Daher hat sich er für das klassische Golem-Woozard-Pekka entschieden. Und er sieht, er hat ja auch wirklich alles gemaxst, 23er und 25er Helden. Schweine musst du nicht ganz drauf verzichten, hatte hier ein paar am Start und hat damit die Clan wo gelockt. Die haben hier wirklich alle im oberen Bereich einen gemaxsten Drachen drin, was, ja, unangenehm ist. Also ich finde das nicht super schlimm, aber es ist unangenehm. Lockt hier nach oben das Ganze raus. Ich finde Minions mittlerweile eigentlich fast am unangenehmsten in der Clan wo. Kommt jetzt mit seinen drei gemaxsten Golems, einer davon in der Clan wo mit dem Argen hinterher, das Ganze schön über die komplette rechte Flanke. Okay, also schon weitflächig. Der Drache wird jetzt nach und nach von den Magiern ausgeschaltet. Kommen den Pekka, dadurch, dass die komplette Seite leergeräumt war und er mit dem Mauerbrecher ein bisschen Platz geschaffen hat, ziehen die hier auch wirklich schon mal gleich Richtung Zentrum. Hat noch zwei Freeze dabei, einen Jump und einen Woot. Mit dem Woot macht er jetzt hier Platz Richtung Inferno, dass da die Einheiten hin sollen. Und auch seine Pekka marschieren direkt dahin und kümmern sich dann erstmal um das Goldlager, den Tesla und Co. Freeze hat wunderbar gesessen, der erste schön großflächig, möglichst viele Verteilungseinheiten eingefreezt. Die Golems tanken, Helden kann er noch beide zünden. Man muss natürlich auch sagen, dass es hier eher eine schwache Rathos Level 10 best ist oder zumindest eine schwächere Magier-Türme. Es sind jetzt dort zum Teil schon gemaxt, aber vieles ist auch noch auf Rathos Level 9 Niveau. Und Rathos ging wirklich easy down und auch am Ende konnte er immer noch beide Heldenfähigkeiten nutzen. Bei 43% hat er noch 5 Minions und 5 Magier am Start. Da ging wirklich gut, war es Queen und Barbarenkönig hat das beide gezündet gehabt. Die Queen tobt sich hier oben gerade noch aus. Hat jetzt hier mit den Minions am Ende sich noch wunderschön die 50% geholt. Und hier gab es wirklich, anders als bei anderen Bases noch, schaut euch das an, in diesem Bereich, was das tote Gebäude wären. Da hätte ich bei meinem Angriff vorher von geträumt. Und er hat dann auch wirklich bis zum Ende die Minions und die Magier noch kämpfen lassen, um das maximale an Prozenten rauszuholen. Und das lassen wir auch in dem Fall in vierfacher Geschwindigkeit laufen, dass es nicht langweilig wird. Und er ist dann am Ende, ich weiß gar nicht mehr wie viele Prozent es waren. Waren es 69 oder hat er die 70 noch geknackt? Wir werden es gleich sehen. 69 waren es. Genau, also wirklich ein top solider Angriff von Jörg. Wäre es nicht interessant gewesen, wenn er es auf 3 mit Schweinen riskiert hätte. Aber so haben wir immerhin schon mal sichere 2 Sterne. Jo, das war es zur heutigen Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, 2 Fragen in diesem Video. Gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.